So, wir sind jetzt hier alleine unterwegs im Sport-Rolls, mal schauen wie es läuft. Da vorne scheinen auch schon mal die ersten drei zu sein, werden jetzt trotzdem nicht abdrehen, sondern einfach das gleich mal probieren. Klasse, scheint auch vier zu sein. Okay, dann gehen wir da schon mal nicht hin. Wenn wir einmal ganz außenrum gehen, hoffen, dass ich hier irgendwo was finde. So, ein bisschen haben wir jetzt was gefunden, dazu noch keine Weste, aber mal schauen wo die jetzt sind. Ich habe keine Schüssel gehört, scheint also wirklich ein Viererscore zu sein. Mal hier schon in den Containern. Okay, auf geht's. Okay, seine Freunde kommen auch schon. So, noch zwei. Also mal mindestens drei, weil die zwei waren ja unknocked out und ich bin tot. Naja, hier geblieben. Ja, Barbossa. Der andere will auch wegkrabbeln. Aber gut, die krabbeln beide in die Richtung, sprich da müssen dann auch die Teammates herkommen. Und da ist der vierte. Okay, knockout, sprich das sind wirklich vier. M. Hat der gerade... What? Why? Was war meine? So, ich werde jetzt beim vierten sicher nicht ungeduldig werden. Okay, ein Viererscore gleich schon mal zum Auftakt, wobei der vierte schon die Nerven geworfen hatte. Ja, ist okay. Muss das jetzt sein? In dem Haus sitzen die immer. Er kann's die Hand ins Feuer dafür legen. Hier scheint es auch schon ein bisschen abzugehen. Ich möchte eigentlich hier nicht auf dem Hügel bleiben, ich habe hier immer ein Sandwich. Okay. 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 Jetzt kommt hier noch ein Buggy angeschossen. Mal schauen, ob das klappt. Ich werde noch immer ein paar Squats rumbahnen. Ich werde jetzt nach Pochinki erstmal laufen. Ich habe keine Lust jetzt hier irgendwo in einem Sandwich zu landen. Okay. Und das eine Squad haben wir ja schon mal mit minus zwei ordentlich ordentlich bedient. Ja, okay, gut. Die Zone schickt mich da eh hin. Ich sehe noch keinen Nachrücken. Ich hätte sonst hier kurz auf die gewartet. Okay. 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 Ich komme gleich mal im Also, wir warten. Eine gewisse ife. Ah, da unten sind auch nochmal zwei Ach komm, echt Warum musste ich den ersten verbocken? Naja, ich werde sicher nicht die im Haus pushen über Openfield Wir drehen uns mal schön hier nordwestlich rüber Gehen wir mal in Britschinki So, dann, die Zone treiben uns ein bisschen hier vom Dach runter Werden wir hier mal ein bisschen an der Seite entlang sind Wobei mich der Jeep etwas nervös macht Schauen wir mal Mal Prey boosten anfangen Ich hab keinen Bock mit Boostern zu sterben Oh mein Gott 4 Steps Alter Oh mein Gott, da ist noch einer Da Huh, okay Okay Vision is based on movement Vielen Dank Boah Huh, okay Okay Es geht mir schon ganz gut die Pumpe Top ten Ist schonmal sicher Ey, echt jetzt? Ich darf übers Feld kriechen? Ich frag mich wie viele da schon drin sind Oder hier im Graben Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht Ja, sollen die sich da mal aufreiben? Mein Gott Gut, dass ich nicht über die Häuser gegangen bin Ich werde mich jetzt nicht verraten Okay Das ist ein interessantes Smoke Okay Das ist ein interessantes Smoke Sollen die da drüben bleiben Dann ist alles gut Dann ist alles gut Bis jetzt So, jetzt hat auch der letzte gehört, dass hier noch einer ist Also ist schon egal Gott Oh mein Gott Nein, 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 nein NANANANANANANANANIT Oh! Oh mein Gott Ey die haben alle den Graben da vorne Ich weiß nicht ob hier noch ein physically liegt und ich bin hier mitten am Fendt Was sind noch zwei, ich hoffe da sind noch zwei einzeln Gott! Ich kann halt unmöglich da nach vorne peaken und den Graben checken, die sehen das ja wenn die hier vorkommen, wenn die da unten sind Ah, der Graben könnte sogar noch safe sein. Ohne der ist safe, die nächste Zone Soll ich mal eine Granate runterwerfen? Einer kann sich noch Ein bisschen gucken Okay, da scheint keiner... Oh na Nicht jetzt? Ich habe euch nicht erwischt? Oder dich? So, und wo ist der andere? Ich habe überhaupt keine Deckung, ich will eigentlich nicht schießen wenn... Ah shit Au Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020